Das Problem ist, dass ich glaube, dass Pasha dann versuchen wird, rauszugehen, wenn ich das da abmache. Und da habe ich halt Angst vor, wie ich meine anderen Schuhe mal anziehen hier. Ja, wie ihr seht, meine Kopfschmerzen sind immer noch nicht besser. Ich bin auch richtig down durch das Wetter. Ja, warum mache ich die schwarze Folie ab? Weil es hässlich aussieht von der anderen Seite und weil sie abgeht. Die flattert da jetzt nur noch so rum und deswegen denke ich mir, ich nehme die mal ab. Weil es flattert überall auf der anderen Seite rum und das sieht echt nicht schön aus. Ich habe das gesehen vor ein paar Tagen und dann dachte ich mir, ich mache das mal ab. Damit der ganze Fledderfram da nicht immer rumbummelt. Ich muss mich umfassen, dass hier keine Nachbarn sind. Ich habe gar keine Beobachtet zu werden. Das ist immer doof. Schöner war es, als man nicht beobachtet war. Dann werde ich mal diese ganze Folie versuchen hier einmal abzumachen. Steht hier gut. Ich müsste mal irgendwie einen Stuhl oder so wieder haben. Den werde ich mir mal eben von da holen. Das war ein W neutraler Mal im Laufe. Ich muss mich auf die Bibel쳤che. Ich nehme die mechanic. ich fang mal hier an seht ihr das schlattert da überall so runter und es sieht dumm aus und es sieht dumm aus Vielen Dank. 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 Danke. 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 ... 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